Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute werden wir mal Autos vergleichen. Wir haben wieder schöne Fahrzeuge von Volkswagen Classic bekommen, um sie zu vergleichen. Micha, als allererstes fällt dir auf, die sehen sich doch sehr ähnlich. Man könnte auch sagen, Santana, altes Gesicht, vielleicht Passat, neues Gesicht. Aber so ist es alles gar nicht. Wenn wir mal zum Heck des Fahrzeuges gehen oder zu den beiden Fahrzeugen, fällt euch gleich schnell was auf. Guckst du erstmal hier hin, steht auch schön drauf, Volkswagen Santana LX, alles sieht auch nach Santana aus. So jetzt gehen wir rüber, da steht hier zwar auch Santana drauf, aber guck mal was da links steht. Das ist ein Chinese. Mich hat das damals schon fasziniert bei Volkswagen Classic, wo wir da waren. Vielleicht findest du noch eine Einblendung. Wo wir uns jetzt gerade befinden, ist keine öffentliche Besichtigungsstätte, richtig? Keine öffentliche Besichtigungsstätte. Also wir sind quasi jetzt hier und sehen das zum ersten Mal so für die Öffentlichkeit. Genau. Bis zweite Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. diesen Passat haben wir gesehen oder Santana ich sag schon Passat und da habe ich gesagt Mensch wo sind denn die Unterschiede von Santana Deutsch aus 1983 und Santana aus China 2012 Micha ich sag dir ehrlich ich wusste nicht mal dass die da fahren die Autos ich glaube das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen weil ich habe mich über die Geschichte des Santanas nicht informiert ich glaube die Chinesen fanden das damals von der Form her Limousine großer Kofferraum schön und haben gesagt das ist ein tolles Auto finden wir gut und deswegen haben die den überlegt mal 2012 noch gebaut und ich bin mir sicher wenn ich Karosserie Teile vergleiche das also zum Beispiel rückleuchten das ganze Heck 2012 ja was wurde 2012 in Deutschland gebaut von VW Golf 6 also zum Beispiel Passat der Santana gab es ja nicht mehr die Geschichte des Santanas kann ich mich nur immer schwach daran erinnern dass der Santana gefloppt ist also es war kein begehrtes Auto wo der damals rauskam weil es für mich wenn ich ehrlich bin wenn wir nochmal von der Seite gucken ist es auch eine Passat Limousine also es sieht den Passat sehr 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 ähnlich eine Passat gab es als Kombi und Passat Vlieseck ich glaube die Limousine gab es gar nicht als Passat und deswegen ist das ein Santana glaube ich ich hoffe ich habe es alles richtig gemacht oder gesagt Scheibe hinten Dreiecksfenster eine schöne Kronkeler wie früher das so war und hier ist der Kronkeler weg aber guck mal die gleiche Scheibe also ich behaupte dass das Glas das gleiche ist Türgriffe wie Golf 2 das hat das erste hat mir schon mal auffällt hier muss ich manuell den Knopf hochziehen Türgriffe wenn wir jetzt hier reingucken in die Tür das ist das Schloss jetzt gucken wir mal rechts beim Santana als erstes fällt euch was am Griff auf das ist schon eher Golf 3 ich behaupte das ist Golf 3 Griff Schloss wiederum Türverkleidung fängt schon an aber Innenraum machen wir gleich identisch geblieben ich mach es mal so vielleicht kann man guck mal ey wenn das nicht geil geparkt ist eigentlich baugleich ich behaupte du kannst die Teile natürlich von rechts nach links bauen was mir direkt auffällt hier dieser Sicke guck mal Seidenteil ist ja sehr markant und auffällig guck mal hier beim Chinesen das gleiche da ist nur halt eine Stoßstange drüber also ich vermute dass die Karosserien haargenau die gleichen sind also dass da gar keine Unterschiede sind meinst du die haben 2012 einfach noch alte Teile von VW gekauft und daraus das Ding gebaut ich weiß gar nicht ob das von VW gekauft wird oder ob das dann selbst irgendwo aus dem Baukasten Prinzip kommt ich weiß es nicht dann das was mir am liebsten erzähle das Volkswagen Zeichen wie beim letzten Golf 2 in der Mitte und bei denen hat es ja noch so hinten so und natürlich die Stoßstange ist kompakter geworden sie verdeckt also das ganze Heckblech aber selbst wenn wir uns die Endrohr Variante angucken wie das da hinten rauskommt wo der Topf sitzt ähnelt dem Fahrzeug doch sehr oder ja jetzt gucken wir mal unter der Motorhaube was da schnummert ich weiß nämlich nicht was sich darunter verbirgt ja hier verbirgt sich ich vermute ein 1600er steht irgendwo auch meist drauf das könnte ein 1600er oder ein 1800er sein mit 75 oder 90 PS keine Servolenkung sehe ich Motorraum sieht sehr spartanisch aus ne viel Platz Oldschool Technik Vergasertechnik kein Cut oh hier haben wir nachgerüsteten Cut das ist aber nicht seriemäßig bei dem Auto drin gewesen das ist auf jeden Fall nachgerüstet hier steht es auch Fahrzeug wurde mit HJEDCUT ausgerüstet ansonsten wenn die Karosserie baugleich ist ich lasse mal direkt die Haube auf müsste der Motorraum ja identisch aussehen aber ich weiß nicht was die da für Motor eingebaut haben was hast du ein Modell da könnte ja ein TFSI drin sein aber weil die Türgriffe zum Beispiel von Golf 3 sind kann ich mir nicht vorstellen dass der Motor da die absolute Weltpremiere aus dem Jahr ist Ventilickel erinnere mich an einem Audi A4 1 6er das könnte aber auch einen Motor aber elektronische vollelektronische Drosselklappe sehe ich schon also es ist so ein Mischmasch aus Golf 3 und Golf 4 irgendwie Luftfilterkiste gibt es glaube ich im anderen Auto nicht was man als erstes auffällt hier unten eindeutig sehe ich hier eine Klimaanlage dann sehe ich Servolenkung hier ist der Servohüterbilder da unten ist die Servopumpe hier haben wir ja schon mal eine deutlich bessere Ausstattung selbst Motorraum mäßig lass uns mal ein paar Details suchen wo wir drauf achten könnten so Spritzwand mäßig hier guck mal hier ist so ein Buckel wo die Fahrgestellnummer ist hier ist das Blech von der Batterie angeschweißt ist gleich das muss die gleiche Karosserie sein es muss die gleiche Karosserie sein es sind keine Veränderungen auch Frontblech diese Vertiefungen hier die Haubenstange diese Abschirmung vom Scheinwerfer alles ist gleich die haben einfach eine zweite also im Jahr 2012 von 1983 quasi die Karossen wieder aufgebaut ist es das einzige Modell wo das bekannt ist oder gibt es auch andere Modelle die kopiert wurden im Nachtrag es gibt bestimmt viele Kopien aber das ist glaube ich eine der wenigen eins zu eins Kopien Karosserie technisch die Lampen hier zum Beispiel meine ich mich daran zu erinnern dass die aus dem Passat 32B stammen ich weiß nicht ob es in Santana auch mit diesem Gesicht gab genauso wie diese Stoßstangen Kühlwasserbehälter zum Beispiel der ist zum Beispiel Golf 2 Golf 3 das ist alles wieder das gleiche äh genau wie Spritzwasserbehälter aber Klimaanlage ist natürlich wieder schon ein geiles Extra auch Getriebe ich sehe einen elektronischen Tachorgeber also hier ist super viel Elektronik eingeflossen auch wichtig ich glaube die waren irgendwann mal pflichtabietenden Zeitraum Seiten Blinker guck mal hat der Original nicht der Original hat eine sehr breite Zielleiste so der hat sie schon ein bisschen erinnert mich auch so an die letzteren Baureihen Golf zum Beispiel also hier scheint viel Mischmasch zu sein genauso wie die typische 16V Antenne kam erst später es ist eins zu eins ein Santana halt nur in China gebaut und jetzt haben wir ja so im Außen ein bisschen was gezeigt jetzt wollen wir uns den Innenraum angucken aber beim Innenraum angucken würde ich sagen können wir auch gleichzeitig mal eine Probefahrt machen ja und können ein bisschen was zeigen ein bisschen was vergleichen so ich habe mir Nadine ausgesucht und den Julian ausgesucht weil er vielleicht technisch auch was dazu sagen kann was und so an Unterschiede ist Nadine hat ein gutes Gespür für Emotionen und sowas und ich bin so einfach der Typ der einfach nur fährt wir fangen mit dem älteren Modell an würde ich sagen mit dem 83er schwingen wir uns ins Auto so jetzt sitzen wir alle hier im Santana 1983 am Tacho sehe ich eine Verbrauchsanzeige ok klein oder große geh mal her noch stehen wir hier das wird lustig guck mal hier seht ihr eine Verkaufsanzeige Verbrauchsanzeige in Verbindung mit einem Automatikgetriebe kenne ich das nicht als allererstes hier ist keine Klimaanlage aber man merkt ein Vergasermotor Batteriekontrollleuchte ist noch an ich merke auf jeden Fall viel Platz auf jeden Fall guck mal bei einer Linie beinfreiheit ich sitze ja auch bei mich auf dem Schoß aber guck mal mich hat noch Platz dafür da hinten hast du also ich komme nicht nach vorne dran jetzt ist bei mir so ok Fahrstufe auf D und schon geht er los hier so was hat der Passat denn gelaufen Eindachten ich muss mir jetzt abgeben dass es kein Passat ist sondern ein Santana 91.000 hat er gelaufen Automatikgetriebe für Ausstattung habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet ob der Servo an der hat ja keine wir haben ja keine unter der Motorhaube gesehen was ich ja geil finde ich mochte diese Armaturen mit Tacho Drehzahlmesser und sowas das mag ich das hört sich auch ein bisschen an den Golf stimmt das hab ich auch schon gedacht das hab ich auch schon gedacht Motorsound meinst du oder? ja ja so dass ich hab jetzt wenn du Augen zumachst besitzt du im Erdbeerkörbchen ja stimmt da sind bei Volkswagen eigentlich die Motoren das sind ja auch diese 827er Motoren die waren im Golf, Passat weiß der Teufel in welchen Autos alle drin Automatik schaltet sehr sehr gut ja wenn man das mit Audi vergleicht damals ich weiß es noch aus dem Audi 100 das ist ja eine richtige Halsbrecher Automatik muss man ja wirklich sagen dass du da keine Bandscheibenvorfall dabei bekommst ist ein Wunder finde ich aber geil guck mal in der letzten Fahrstufe geht die Verbrauchsanzeige zeigt er mir dann was an wusste ich gar nicht dass es bei Automatik auch gibt das gibt es nämlich eigentlich dachte ich mir nur beim Schaltgetriebe wenn du die E-Fahrstufe einlegst und jetzt verschwindet der Zeiger wieder ich bin mal gespannt ob die auch innen die ganzen Teile übernommen haben weil guck mal der Dach sieht schon relativ speziell aus stimmt ja die Form ist wirklich ja ungewöhnlich ist so ein Facettenhimmel würde ich sagen naja viel passiert da ich hab nur die Tankanzeige gesehen ja die schlägt schon wieder auf hinten das hat schon wieder gewunken aber erstaunlich leise vor dem ja also man merkt dass das Auto halt wenig Kilometer drauf hat immer ordentlich gepflegt wurde so und jetzt sehen wir das schön im Dunkeln grüne Tacho beleuchtet immer alles grünes Licht aber ganz toll also gute Beleuchtung auch die Automatik hier ist beleuchtet echt interessant also von der technischen Seite her ist das Ding einwandfrei in Ordnung ist halt ein geiles Langstreckenauto finde ich genau und besitzt mit vier Mann hier bequem drin und ich glaube deshalb war er auch in China so beliebt eine große Limousine und vielleicht ist diese eckige Form ja gewollt oder gemocht so jetzt haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 8 Liter wenn ich mit 80 kmh fahre für damalige Verhältnisse auf jeden Fall gut ja wenn du die ganze Zeit geholt bist ja ich sag mal so im Stadtzyklus sehe ich das Auto bei ich glaube 10, 11 Liter wir können ja jetzt mal voll durchdrücken mit vier Mann und lass Vollgas tschüss 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 ja ich weiß gar nicht was die Top-Motorisierung im Santana war zur damaligen Zeit aber 1983 Nadine guck mal wie viel Kilowatt der hat 66, steht da oben 90 PS ich sehe es gerade gar nicht da 66, 90 PS aber müsste ein 1,8er Hubraum sein siehst du was ich bei Volkswagen Classic immer geil finde ich weiß was du sagen willst genau weil der Tank immer voll ist zeig ich mal also hier Tanknadel eindeutig die ist immer also über halb ist da immer Kraftstoff drin das sind keine Degenhart-Verhältnisse so nun stehen wir wieder hier wir haben ja gesagt als allererstes ich habe Licht angelassen und dieses Fahrzeug hat kein kein Summa kein Ton sprich die Batterie wird leer gehen können wir gleich mal gucken ob das der neue Santana schon hat dann weiß ich ich muss den halt aufschließen weil wir haben keine Zentralverriegelung so Kofferraum ist groß ne ja mal vielleicht hier drunter so sieht das hier drunter aus sehr guter Zustand alles die Heckklappe wir gucken uns mal so die Form der Heckklappe an die Kennzeichenbeleuchtung und jetzt gehen wir mal rüber das ist eins zu eins das gleiche Auto jetzt gucken wir mal hier drunter ja hier ist kein Reserverad drin hier ist aber auch nicht der Nupsi dran normal ist da so ein Nupsi dran glaube ich und das hier sieht aus ob er gerade gebaut wurde ne das sieht aus wie ein Neue drunter aber wenn du jetzt guckst streben alles gleich es ist 100% die gleiche Bauform das würde ja theoretisch bedeuten dass die Ersatzteilversorgung für dieses Fahrzeug ja gar nicht so schlecht sein kann auf jeden Fall wenn du jetzt ein bisschen was updaten würdest wir haben schon guckt Rückleuchten sind nicht von der Firma Hella sondern von anderen Herstellern und wirken so ein bisschen klarer finde ich die Stoßstangen sind kompakter erinnern mich an Passat Türgriffe habe ich gerade gesagt tippe ich würde ich Golf 3 sagen ja doch das könnte Golf 3 oder Passat Nasenbären würde ich sagen hat der Nasenbär auch so Griff ja 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 der hat auch so Griff du hast recht hast du das gesehen Wicher äh ja hab ich gesehen kannst du das übersetzen Santana wahrscheinlich oder Volkswagen oder Volkswagen wir machen eben die Kamera rein klatschen mal die Hände ab in die Autos so wir hatten wohl klatschen also das mir als allererste auffällt ohne dass ich was guck hier ist guck mal der Himmel ist der gleiche aber eine schöne Farbe andere Farbe genau was mir auffällt Schalter sind identisch ja Lenkrad ist ein ganz anderes hab ich auch noch nie gesehen bei uns Tachoeinheit ist Golf 4 also die oberen Tank- und Temperaturanzeige ist definitiv Golf 4 aber in nicht grüner Beleuchtung die ist grün und jetzt gucken wir mal Schlüssel raus auch kein Summa auch kein Summa aber hier sehe ich auch was Mittelkonsole oh ja hatte der andere nicht und die Schalter das definitiv Golf 2 mhm Armaturen ist aber Golf 4 Motor haben wir gesehen elektronische Drosselklappe Julian Golf 4 so jetzt gucken wir als allererstes mal wie viel Qual macht denn so ein Motor sitzt ihr auf der gleichen Raste mit dem Sitz als vorher weiß ich nicht ich würde sagen ich sitze ein bisschen weiter vorne ich sitze auch weiter vorne weil ich jetzt auf einmal mehr Beinfreiheit habe also jetzt müsste ich an derselben Stelle sitzen ich finde trotzdem was zu mehr Platz aber mit dem alten hat man ein bisschen besser gesessen die Sitze sind definitiv härter ja und die Sitze wenn du jetzt das Muster mal einblendest erinnert mich an den VW Polo 6N erinnert mich auch die Sitzform ist Polo 6N hier haben wir 70 kW 66 kW sind 70 kW müsste sowas um die 95 PS sein 97 PS also ein stärkerer Motor wie viel Hub brauchen wir hier äh auch 1,8 Liter hä Moment Micha kriegst du das drauf Golf 2 Fensterheberschalter aber guck mal hier vorne hä das hab ich noch nie gesehen jetzt mach ich mal erst mal starten wir jetzt den Motor doppelte Fässer weißt du was ich glaube ruhiger das ist für hinten ne das ist für hinten ich hab hier auch vorne ah ok alles klar ja ja ok also das für vorne beide für vorne genau krass mach ich mal die Tür zu also Motor Sound ruhiger viel ruhiger und Gasanammel merke ich elektronisches Gaspedal so jetzt wollen wir als allererstes erstmal das Gebläse anmachen das zu stark und dann drücke ich Klima an tack ich hab gehört jetzt wollen wir mal gucken ob wir auch klimatisierte Luft hier bekommen guck mal was das Auto gelaufen hat ja das hab ich auch schon gesehen unglaublich ich hoffe man sieht's der hat 560 Kilometer gelaufen der ist ja neu ich hab mich mal eingefahren jetzt darf der Dinger dran ja das Schaltgetriebe ähm von ihnen ist er auf jeden Fall deutlich moderner gemacht er riecht auch sehr 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 neu bei der Laufleistung aber auch Türverkleidung sind ohne Lautsprecher eingefügt worden hier haben wir natürlich eine Servolenkung was wir hier auch haben ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt ich probier es mal das will ich jetzt aber wissen oho aha Funk ZV hört sich zwar an wie so diese Nachrüstzentralverriegelung hier aber er hat eine Zentralverriegelung und Blinkeransteuerung beim Öffnen aber die Schalter wiederum hier guck mal vom Golf 1 hier die Pinnerex hier die kleinen Pinnchen die kleinen Pinnchen schwere Lenkrad dagegen das ist ein bisschen verloren aber das ist krass die haben scheinbar aus irgendeinem Regal immer was rausgenommen aber 2012 gab es hier auch schon neuere Motoren und auch neuere Armaturen und krass also wirklich krass und so wie es aussieht muss der ja als Neuwagen das ist ein 2012er Erstbelassung hier nach Deutschland rüber gekommen sein da frage ich mich wenn ich 2012 wäre haben die da noch ich sag jetzt mal so und so viel Rohkarossen rumstehen gehabt und so gesagt so ja Jungs was machen wir denn jetzt damit ne oder ist das wirklich dann nachgepresst und nachproduziert worden das ist eine gute Frage es wird ja auch unter dem Namen Volkswagen verkauft ich würd sagen das muss ja da auch produziert worden sein weil diese Stückzahlen von Deutschland da hinzuschiffen eben ja und dann ist die Frage was sowas da kostet ob das jetzt extrem billig ist weil es alles schon gab weil du hast ja wenig Forschungskosten weißt du richtig aber ich hab so einen hier noch nie auf dem deutschen Markt gesehen und wenn du jetzt ein Fan von einem Oldtimer bist und du sagst der Santana war das Auto ich muss mir vorstellen du hast ja 1983 ein Santana gekauft hast du jetzt irgendwann ist das Ding ja mal weggegangen hast den dann verschrottet oder verkauft und heute sagst du dir ich hätte gern Santana aber mit einer Klimaanlage mit Servolenkung mit allen Fenstern elektrisch so ein bisschen Luxus halt in diesen großen tollen alten Limousinen weil die auch optisch mir gut gefallen hat tada hast du dieses Auto ne weil was mir als erstes auffällt das Auto scheint ein bisschen weicher abgestimmt also ich hab das Gefühl er federt er dämpft besser ab und was ich merke Klimaanlage läuft einwandfrei es ist eine angenehme Luft hier drin wir haben alles elektrisch wir haben eine Servolenkung die Instrumentenbeleuchtung oder falsch die Instrumenten sind sehr gut ablesbar aber auch schon ein Hauch von modernern also wenn ich auf die Instrumente gucke erinnert mich das 0.9 Oldtimer auch vom Fahrgefühl her würde ich auch sagen es erinnert nicht an einen Oldtimer du weißt aber vom Kopf her ich sitze in einer eckigen Karosserie das stimmt die Schaltung hier ist definitiv erinnert die mich an einen Passat geht sachlich die Gänge rein wie jetzt das Auto ist denn neu aber dampfmäßig ich würde sagen der ist nicht viel stärker wie der Automatik Gewichteunterschiede denkst du oder denkt ihr dass das Auto viel schwerer ist wie der alte wie viel Kilo schätzt ihr als Unterschied ich sag 100 Micha 150 Nadine ich sag doch die Klimaanlage ja so 180 ich sag euch dass gewichtsmäßig kaum ein Unterschied ist sag ich ich sag 40 bis 60 Kilo das beschleunigt einfach dezent nach vorne aber ich finde in dem Fall wenn du da nicht schalten musst ist es doch angenehmer wenn ich jetzt hier volle Pulle mal drücke um mich in den Verkehr einzuflitten oh doch der läuft unten rum gut also der Motor ist auf jeden Fall moderner spürt man sofort was ich auch spüre dieses ganz leichte Hucken von der Klimaanlage wenn die reinpatscht MP3 tatsächlich eine MP3 Radio in einem Oldtimer was hier wahrscheinlich werksmäßig drin war bei Auslieferung wo wenn ich jetzt Vollgas gebe mal gucken ja der spritziger ein bisschen Instrumentenbeleuchtung sehen wir ist auch grün aber kräftiger natürlich viel kräftiger moderner Schalterbeleuchtung sieht man ist grün Aschbecher ist rot warum auch immer das da rum rot gemacht wurde ja aber weißt du was ich hier nicht habe ich habe keine Multifunktionserzeige hätte man hier einbauen können gab es schon im Golf 2 Golf 3 natürlich auch aber Vorrichtung ist doch eigentlich da richtig das Display da werden wahrscheinlich Kontrollleuchten hinter sein Tempomat hat auch nicht ne der hat gar nichts ich sehe das sind ganz Standard Golf 1 Schalter hier da sind keinerlei Extras also kein Tempomat und keine Multifunktions gleichzeitig wie der alte Santana hatte keine Verbrauchsanzeige ich finde den Sitz unbequemer ich finde auch definitiv also der Sitz ist härter der Sitz wirkt so auf mich einfach so komm ich stelle mal hier die bleibt nicht lange sitzen hier ich fahre euch schnell von A nach B aber dadurch wurde das Fahrwerk natürlich weicher gemacht ne Julia wenn du die Wahl hättest würdest du dich für das H-Kennzeichen und den originalen Santana entscheiden oder würdest du dich für den Chinesen entscheiden das ist ne gute Frage aber ich glaube ich würde mich wirklich für den Chinesen entscheiden aus dem ganz einfachen Grund weil die Technik einfach zuverlässiger meiner Meinung nach ist da würde ich mit dir streiten weil Vergaser halt weißt du immer dieses und was weiß ich Stimmt haben wir ja gerade gesehen ne wenn du einen Abend ran fährst dann mit dem Automatik wobei den Vergaser repariere ich mit einem kleinen Schraubendreher kleinen Knarrenkasten Himmerchen dann läuft der wieder ich glaube wenn hier die Elektronik liegen bleibt dann machst du gar nichts mehr das ist richtig was Zuverlässigkeit sagt jeder anders Nadine was würdest du bevorzugen welchen du würdest den alten aus welcher Begründung vom Gefühl her ich finde es fühlt sich falsch an es fühlt sich falsch ich finde es fühlt sich falsch an ich meine ich in meinem Kopf weiß ich sitze in einer in einer alten Karosse aber ich finde es fühlt sich an wie ein weiß ich nicht wie ein modernes Auto wie günstige Ausstattung also die Sitzausstattung ist definitiv günstig genau ich finde das gehört dazu gutes Fazit auch Micha was würdest du sagen ich sehe das so ein bisschen wie bei alkoholfreiem Bier das ist am Ende schmeckt sehr ähnlich sieht gleich aus ist aber nicht das gleiche okay das hast du gut erklärt ist wirklich gut ich sag dir ein von den beiden Autos musst du jetzt ein Jahr lang fahren welchen nimmst du? ich nehme den alten du nimmst den alten und verzichtest auf die Klimaanlage auf allen möglichen Extras und du? hätte ich nicht gedacht wenn du mich ganz ehrlich fragst diese beiden Autos die wir ins Probe gefahren sind ich würde fremd gehen ich würde den nehmen weißt du warum? wegen der Klima genau und ich sag mal so wir reden davon ich darf nur dieses Auto fahren ich muss mich für einen entscheiden ich nehme die Klimaanlage ich nehme die Servolenkung ich nehme die elektrischen Finsterheber und ich habe die Außenoptik eines Oldtimers das ist eben das geile was ich also wie ich es beim Jetta halt auch finde weißt du hast du hast also halbwegs moderne Technik darunter so in meinen Augen zuverlässiger aber du hast eine alte Optik und das ist halt das was mich so richtig an der Karre reizt ist einfach so also du bist beim Oldtimer die Seite ist Oldtimer die haben das Brett also 50-50 also haben wir ja ein klares Fazit ich fahre heute Abend mit Micha nach Hause im weißen Santana und wir machen eine Jetta Ausflugstour und ein Santana hier mit Klimaanlage und völlig aber geiles Fazit ich finde mal ein interessanter Vergleich gewesen wenn ihr Bock habt auf weitere Videos von Volkswagen Classic sagt mir welche Autos euch interessieren was wir euch gerne mal näher bringen sollen oder den Polo mit dem D-Ladermotor ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen für dieses Video mir hat es richtig Spaß gemacht euch hoffentlich auch geiler Vergleich wir sehen uns im nächsten Video mal schauen worum es dann da geht Ciao